Warum existiert es? Ich will nur mal kurz gucken, was das jetzt genau ist, ne? Und höchstwahrscheinlich werden wir es uns nie wieder angucken. Ja, geil. Aha. Ist das wie Straßen des Glücks, nur nicht? Das ist überhaupt nicht weird. Äh. I guess. All right. Äh. Äh. Das ist der Weg. yes goodbye goodbye und auf nimmerwiedersehen das ne das sieht aus wie fucking straßen des glücks in trash und mit trash meine ich absolut was willst du du durchgeknallte darf ich mal kurz erzählen dass ich als kind immer schiss vor diesem gesicht im spiegel hatte technisch gesehen die böse stiefmutter stief was auch immer technisch gesehen die NSA sie weiß immer wer du bist wo du bist wie du bist metal gear terra ne like a diamond ich fahre mich auf warum du die ganze zeit redest junge ich meine okay tschüss dann was denn jetzt ja was ist die tatsache ist tommy es ist eine junge 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 sie zerstört sie und um sicherlich dass du nicht verlieren bring back her heart in this Ich finde das gerade irgendwo zu geil. Nur mal so nebenbei. Im Original war es so, dass sie einem Jäger gesagt hat, bring mir ihr Herz. Ihr literally Herz. Und jetzt hier in Kingdom Hearts haben wir diese Metapher von... Wir haben hier... Das Herz ist so ein Ding. So eine magische Zeitkapsel gefühlt in dir. Ich finde das irgendwie... Ich weiß nicht, wieso. Ich finde das einfach zu geil. Ich hätte es zu geil gefunden, wenn sie jetzt kommt. So, nein, reißt ihr scheiß Herz raus. Mortal Kombat-Style von mir aus. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde das irgendwie geil. Outside the castle, there is a glade of wildflowers. You are dismissed. Go now and seek her there. Okay, Chef. A heart of light. This snow white is my best chance right now. Maybe she will leave me closer to Master Xehanort. Das wäre both my sleep 100% uncut. Oh ja. But what if I... No, I won't let that happen. Zwergenwald. Mortal Kombat-Style. Oh my... Ja, 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 ja. Ah, wir kommen im Dunkelland. Das wollte ich nicht mehr, aber okay. Ich wollte da nicht speichern. Okay, Mads. You know, for kids. Ach so. Ach ja, weil wir da Ventus waren. Genau. Ich meine mal ganz ehrlich, warum... Ne, nicht warum. Das ist der falsche Ansatz. Ich finde es einfach nur interessant, weißt du. Das originale Schneewittchen war halt... Rip her fucking heart out. Ist mir scheißegal, wie du es machst. Hauptsache, das Ding ist nicht mehr lebensnotwendig für sie. Ne, das kommt auf YouTube. Ich werde das auch als Projekt hochladen. Thunder God. Die Musik ist auch relativ süß hier, ey. Schwertschnauf. Kann man das irgendwo ausstellen? Dieses beschissene Autotage-Ding, ne? Äh... Einstellung. Steuerung Typ A. Ne, das hat ja damit nichts zu tun. Kamera, Vertikal, Kommando-Liste. Äh... Ne, das ist eigentlich auch schon richtig. Umgebungskarte, Vibration. Rüstung. Ach, was? Ach, was? Ach, was? Was du nicht sagst. Okay. Ah, was? Das kann ich ändern. Seine fucking Rüstungsfarbe. Aber dieses bekackte Autotage-Ding kann ich nicht entfernen. That's awesome. Stimmt eigentlich. Ne? Jetzt, wo ihr das gerade sagt. Wisst ihr, solche, solche Aufgaben sollte man schlicht und ergreifend Big Meme lassen. Und Big Meme mag solche Aufgaben. Wenn man jemals in der Rüstung rumrennt. Ach ja, stimmt. Die Farben sind für diese Mirage-Arena, genau. Ich bin es so gewohnt, mit fucking Dreieck Zeug aufzumachen. Oh, cool. Gift. Das gift's doch gar nicht. Uh, Feuer. Feuer. Feuer, Feuer. Na, wobei, wie weit ist jetzt? Gäh. Hier. Scheiß auf Blitz. Ich will Feuer. Kannst du nicht mit deinem Freund in der Remastered machen? Hä? What? Geht das jetzt? Habe ich jetzt hier den? Ja, scheiße. Hab den aus, weh. Da unten ist noch Zeug. So long, Sucker. Suck. Autotargeting auf diese Dinger. Das ist aber da unten ist noch was. Hui. Ich meine, jetzt no shit. Ich one-shotte nahezu alles. Aber die Bossen sind auf einmal noch ein Problem. Das finde ich immer irgendwie interessant. Das ist das Balancing, was mich irgendwie, ne? Was mich ein bisschen verwirrt, to be honest. Blubb. Ja, man geht ja der schön weit. Alter. Ich sterbe. Ich fucking sterbe. Das hilft, weil ich so viel sehen kann. Auf allem vorher schon Level 2. What the fuck? So schnell? Birth by Sleep and Balance. Ich weiß, ne? Wo ist denn die Tür? Ich kann das echt nicht erkennen, ohne Scheiß. Das ist so fucking Dinkel hier. Diamond Dust. I can't see jack shit. Und da kann ich nicht hoch. Da auch nicht. Da irgendwo? Hier? Scheinbar. Von dem Feuer-Style habe ich noch gar nicht, ne? Ich meine, den kriegt man ja auch erst später irgendwann. Aber gut, immerhin kann ich Truhen aufmachen, während ich hier am fighten bin. Kabum. Ja, da komme ich nicht hin. Ich kann echt nichts sehen. Es ist viel zu dunkel. Ach so, da geht's lang. Geh doch da hoch, Mensch. Hier lebt noch was. Hier war ich noch nicht. Faustregel, you know? Kabum. Zack. Feuer Level 3. Oh nein, ein Skelett. Oh shit, Leute. Wie könnt ihr das denn in dieses Spiel einbringen? Das ist doch way too spoopy. Moment, muss ich jetzt alles nochmal machen? Nee, hier. Oder? I can't see literally einen Scheiß. Ich kann wirklich einen Scheiß sehen. Ja, offenbar... Offenbar nochmal alles. Ja, das Spiel, das habe ich mittlerweile begriffen. Auch wenn ich es immer noch nicht sehen kann. Weil es so fucking dunkel hier ist. Und ich habe wirklich meinen Monitor schon auf der hellsten Helligkeit, die ich auf hellig, hellig steilen kann. You know? Also, ich habe schon die helligste Helligkeit. Einmal. Giftklinge? Klingt fancy. Ach, ihr Teile. Euch, wo ich später nachher brauche. Ihr komische... Moment mal, wie geht das gar nicht lang? Hier ist es nur für Zeug? Nee, come on. Scheiße. Ja, okay, hier. Hier geht es lang. Oh, ich hätte die ganze Zeit abbauen können. Ja, stimmt. Du kannst... Ich kann Eis machen. Meine Güte, wie viele Hunde haben wir in unserer Nachbarschaft? Oder kommen die immer nur dann raus, wenn ich am Stream bin? Um mir genau dann auf den Piss zu gehen. So. Stimmt, wir können immer alles dann direkt kaufen. War Magnet nicht total heftig? Ich meine... Ich meine... Warte mal. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ein Magnet ziemlich gut sein soll. Deswegen kaufe ich das mal. Ja, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber wir können ja mal... Dich. Und ich weiß auch nicht, dich. Packen wir dazu... Nochmal so einen. Feuerschlag. Das gefällt mir. Das klingt nach... Das klingt cool. So, jetzt haben wir Feuerschlag. Beziehungsweise können Feuerschlag einfügen. So, wie ich es finde. Hier. Hab noch zweimal Feuer über. Ich nehme mal Magnet dazu. Jetzt haben wir Abschlussmeister. Was tut das denn? Nein. Meine Güte. Es ist mal so viel neu, ne? Schutzformel Weg... Moment mal, was? Formel, warte mal. Kann ich beim Mucki nicht auch herstellen? Spirm für Blitzkombo. Ah, okay. Speedrunner. Moment mal. Ich bin gerade ein bisschen doof. Ah, hier. Genau. Ich habe hier schon... Hm, mehrfach angedenkt. Scheiße. Ah, okay. Cool. Hm, muss woanders gewesen sein. Oh, Alter. Ich sterbe hier, ey. Ohne Scheiß. I'm fucking dying. Oh, das Trend interessiert mich so wenig wie Fußpilz. Das ist, äh, ne? You know? Jetzt gerade ist mir einfach nur zu warm. Ugh. Oh, Gott, das Wind. Wie kommst du drauf? So, das wird sich gleich hinfallen. Du frierst? Ich wünschte, ich würde frieren. Oh. Oh, hello. Who are you? Aren't you startled? Should I be? Oh, Gott. It's true then. Her heart is pure light. She's the one. It's dangerous to go alone. Die unsensierten. Die Narudos. Okay, Feuerschlag ist cool. Komm jetzt. Her jetzt. Hier da war der Autofokus ganz nice. Die nervigen Fliegen hier. Ja, doch. Schade, dass ich noch nicht Feuer habe. Fatality. Luftgrätsche. Geil. Dumm durch die Luft daschen. Ich will aber nicht zurück. Da ist Dinkel. Junge, da drin ist Dinkel. Da will ich nicht hin. Können wir nicht, nicht dahin zurück? Da drin ist mir echt zu Dinkel. Sag ich dir. Das heißt Dunkel. Okay, sorry. Sorry. Mega-Flare-Jäger kann das machen. So in etwa, ja. Das ist Mega-Flare. Das ist, äh, ne? Okay. Ihr wollt euch echt scheiße benehmen, kann das? Ja, magnetisch und praktisch. Vor allem kommt es mir nur so vor, oder existiert jetzt hier eine Minimap? War die vorher auch schon da? Oh Gott, Teleport. Alter, so brutal, ne? So, ich hab's noch nicht ausgerüstet. Äh, what? Maximal Stufe erreichen, Fähigkeit Immunität wird automatisch angelegt. Cool. 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 Da hätt's mich aber nicht um meine Erlaubnis fragen müssen. Geil, Luftgrätsche. Jetzt können wir dumm in der Luft rumdäschen. So. Danke. Geil, dumm in der Luft rumgrätschen. Super weird. Komm, einfach weil ich weiß, dass es in der Falle ist. Das sind die leichtesten Mimics, die ich in meinem Leben je gesehen hab. Jetzt krieg ich wieder Feuer? Das ist jetzt schon das dritte Feuer, was ich hab. Da sind die jetzt einfach reingefallen. Das geht auch. Super Trank. Bitte, wat? Das war unhöflich. Look who's talking. Was mich der Frage ist, wenn sie so'n Blödsinn kann, ne? Mit diesem smug face einfach. Sagt der Motto, yeah, I did that. Hätt ich schon die ganze Zeit machen können, aber meine Güte. Mit diesem Spiegel könnte ich NSA werden. The face. Ist das nicht noch einer der coolsten Bosse irgendwie, ne? Ach ja. Seine Angriffstrategie. Bewegen. Und nicht anvisierbar sein. Ach shit, war das nicht hier. Irgendwo pimmelt einer rum, der One of these things is not like the others und so. Oder er ist einfach da ganz hinten. Der Smiling fuck. Sackgesicht, ey. Ich finde es doch geil, wie das Spiel immer abvisiert den Kerk. Warte mal, da war er doch. Da. Look at that smug smile. Okay. Choose to ignore me. Bisschen scheiße. Flashbang. Bisschen scheiße. Jetzt fragst du die Schreie. Wo kann ich finden, Master Xehanort? Der Schreie magische Schreie hat diesen Knaven gebrochen. Gib ihm die Antwort, was er will. Er ist außerhalb der Licht und Schmuck, wo der Krieg war, auf den Fels. Ist das alles? Danke. Du bist eine große Hilfe. Ja, eine wirklich große Hilfe. True that. Ein Spiegel, der keinen klaren Satz formulieren kann. Sag doch, wo er ist, Mensch. Ich habe das erste Wort bekommen von Master Yen Sid. Vielleicht ist es Zeit, dass ich mit ihm gesprochen habe. Uh. Fancy. Let's see. Vielen Dank. Vielen Dank. Zu spät, zu spät. Alle Kazam, muss Marvel kaufen. And we're off. Mysterischer Turm. Der mystische ist ein mystisches Türmchen. Das ist quite mystisch. Da hätte ich schwören können, er wäre reingegangen. Was war das denn jetzt? Ja, warte mal. Jetzt habe ich ja Feuerbrunst. Sprich, jetzt könnte ich richtig ausrasten. Mit Firestyle. Komm, das will ich jetzt auch mal haben. Yes. Feufeu, Tabanga. Ah, komm, ist ja echt nix. Mano, ich habe schon alles platt gemacht. Mano. Na, immerhin hat er immer hier unten seine Karte rumliegen. Oder eine Magieformel. Das kann er auch haben hier. Aber ich mache nicht mehr so lange, sage ich euch jetzt schon, weil jetzt gerade... By the way, wir haben den gesamten Turm geskippt. Nur mal so nebenbei. Ja, Master Yen-Sid. Ich dachte, es wäre besser, dass ich den Kounsel von einem wiser als ich selbst bin. Ich bin nicht mehr ein Master. Ich habe mich nicht mehr. Aber, Herr, war das dein Pupil? Ich habe mich nicht in den Weg gebracht? Er hat eine Kieblad. Du bist an Mikki. Er auch hat hier eine Gelegenheit gebracht. Als König, er ist gut und kind. Aber der Wettbewerb hat ihn nicht mit ihm verletzt. Er hat sich mit einem Objekt an seine Macht nicht versteht oder wie es zu kontrollieren. Michi erinnert, dass mein Star-Shard von mir in seiner heutigen Reise sein wird. Und wie du, er ist bereit, zu benutzen seine Kabel, um alles richtig zu machen. Ich bin nicht sicher, dass ich überhaupt nicht verstehe was. Der Zehenort ist weg. Und jetzt habe ich gelernt, dass es ein Zehenort ist, der zu kontrollieren die Unversed auf der Leise. Um zu erreichen, dass es die Wahrheit ist, vielleicht sollte man Dinge anders beherrscht. Erstens, erinnert sie ein und das gleiche Problem. Master Zehenort und die Unversed sind irgendwie verbunden? Nein! Dein Stuhl sieht mega unbequem aus, Junge. Du musst echt mal zum Augenarzt, mein Dude. Du musst echt mal zum Augenarzt. Ich meine, jeder in diesem Universum hat irgendwo super designte Augen, außer du. Okay, es gibt bestimmt noch mehrere, aber trotzdem. Die Unflankierten. Nein, aber Stormy, es sind doch die Unblamierten. Jetzt soll ich da schon hin? Ah ja, stimmt. Jetzt da hin und hin. Von da aus kommen glaube ich die neuen Welten. Wenn ich mich nicht ganz ehrlich bin. Und by the way, ich bin pissig, dass sie hier die Gummi-Jet Mission rausgenommen haben. Ja? I said that. Ich hätte hier gern Andys Fadenkreuz gern nochmal gebaut. Ich gehe so weit. Das war einfach. Ich bin zu anderen Welten. Ich weiß alles über die Dinge, die du hast. Ich einfach nicht verstehe, warum. Ich habe das Gefühl, was ich nicht so weit geliebt. Ich habe das Gefühl, ich habe hier in der Nähe. Ich kann nicht wissen, warum ich das Kind aussehen. Wenn ich das Kind aussehen kann, die in der Maske. Ich weiß nicht, was ich von damals von Schwerfen. Ich habe ihn von Vanitas. Ich habe ihn von Vanitas. Ein creature von puren Dunkelheit. Ein von meinen Welten. Ich habe ihn von euch. Vanitas? Ansonsten? Du sagst mir, dass er von dir kommt? Er kommt von Ventus. Ventus? Ja. Vanitas ist die Schmerz, die in deinem Freund war. Es war ein Verkauf. Während ich mit mir, Ventus succumbte zu Schmerz, und es war nur eine Art Weg, um ihn zu retten. Er entfernte diese Teil von ihm, und so ist Vanitas. Er guckt immer wie so ein trauriges Hühnchen. Er guckt immer wie so ein trauriges Hühnchen. Er ist viel besser seitdem. Du solltest dich nicht schuldigen, um ihn zu retten zu schützen. Na, danke, Mann. Du wirst wissen, wie ein altes Hühnchen zu schützen. Das war das, was es war. Diese Schauspielkünste hier. Ich meine, ich glaube immer noch nicht, dass er böse ist, ne? Nur Amazon, nein. Ich glaube ja nicht, dass er böse ist. Weil er verb metrics nicht war. Zählen, und ich weiß nicht, ob counselors bei einer Baseballperson. Dass sehr gut sein können. Wer die Euer gew pairsrichtig? Der Junge, ist er okay? Ich gehe ihn sehen. Ich bin Terra. Was ist dein Name? Bente. Du kannst sprechen. Aqua, komm hier! Was war das denn jetzt für eine Aussage? Geil, der kann reden. Aqua, guck mal, der kann reden. Das sind irgendwie blöde Namen. Das wäre vielleicht gut gewesen, das mal vorher zu sagen. Bevor man ihm den fucking Mental Breakdown fragt. Du bist echt ein bekloppter Meister, darf ich das nur mal sagen. Dragon Shat, du bist echt ein Hero. Schreibst zuerst das Ende von Terra's Story und fragst mich dann, ob ich das Ende kenne. Just saying. Aber ja, ich kenne es. Das ist mein Herz, der Keyblade, ist nicht seine zu bearern. Er ist ein Abomination, außer der Hoffnung von Frieden. Lass mir deine Kraft, Terra. Das Recht ist falsch, das ich verletze. Aber ich habe keine Ahnung, wo ihn finden. Was ich kann Ihnen sagen, was von Vanitas ist an das. Seine Schmerzen ist auf die Licht, die er versucht, zu beschreiten. Und dann zu zerstören. Duh. Cool. So, und ich glaube, damit sind wir sogar schon mit der halben Story durch, soweit ich weiß. Aber so leid mir das auch tut, ich werde hier für heute Feierabend machen. I don't feel so good right now. Es ist einfach, wenn ich hier gerade jetzt... So langsam kommt die Sonne so wieder um die Ecke und brennt mir gleich wieder auf den Schädel. Deswegen, I don't feel so good today. Ich hoffe mal, dass ich morgen wieder mehr zum Stream kommen kann. Wobei es ja morgen noch wärmer sein soll. Wird ein bisschen fraglich. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020